Hallo hier bei Illo und Mops. Ja, viele fragen sich wohl, wie geht es bei mir weiter mit der Fahrschule? Davon berichte ich jetzt. Jo, heute habe ich meine Fahrstunden. Wenn ich den Termin zur Prüfung habe, das verrate ich euch auch noch, aber das erst später. Ich will es ja spannend halten. Ja, ich habe am Dienstag den Anruf gekriegt, hallo Frau, so und so, herzlichen Glückwunsch übrigens zur bestandenen Theorieprüfung, trotz des ganzen Theaters. Und ich sage, ja, danke schön. Ja, ich hätte einen Attentat auf Sie vor. Wie sieht es denn aus? Wir machen Freitag die Fahrstunden. Und ich sage, äh, okay. Ich sage, ich muss mal gucken, wie in den Kleinen, wie viel Uhr wäre das? Ja, ab 11 Uhr. Und letztens sagte mir auch schon der Fahrlehrer, ja, dann fahren wir einen Tag und am nächsten Tag hast du dann die Prüfung. Ich so, hä, wie? Ich sage, selbst beim Anhängerführerschein hatte ich doch mehr Tage. Er sagt, wer sagt denn, dass du nur eine Fahrstunde hast? Wir machen ganz viele hintereinander. Du fährst den ganzen Tag. Und ich so, alles klar. Ja, auf jeden Fall die hier vom Büro, von der Fahrschule, rief mich an und sagte dann, ja, ähm, ja, dann Freitag, 11 Uhr. Und ich so, okay, ja, ich kläre das mal eben. Ich habe das mit Illo geklärt, ob er auf der Arbeit halt eher abholen kann, dass er den Kleinen vom Kindergarten abholen kann. Habe dann Illos Mama angerufen, habe gesagt, wenn irgendwie was sein sollte oder so, hast du Freitag frei, dass, wenn irgendwas ist, dass du dann zum Kindergarten könntest und ihn einsammeln könntest. Und, ähm, falls irgendwas ist, ja, ist auch kein Problem. Ja, mir graut es gar nicht so vor das Fahren. Das ist, ich kann ja Auto fahren und das ist ja einfach ein Fahrzeug in größer. Ähm, klar ist das eine andere Sache, es nimmt mehr Platz weg und, 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 und. Aber ich habe ja den Anhängerführerschein BE, also mit Anhänger fahren und diese Grundfahraufgabe mit diesem Einrangieren rückwärts und so. Das hatte ich ja auch alles geschafft. Mir graut es eher vor diesen 10 Abfahrts- oder Abfahrtskarten, sind das diese gelben Karten, die kennt ihr vielleicht. Davor muss man dann eine ziehen und davor graut es mir. Und ich war ja auch nur zum Theorieunterricht einschließlich bis Donnerstag 10 Uhr hier. Und, ähm, ja, das sind halt auch so technische Sachen, ne, und ich werde ja kein LKW-Fahrer oder so. Und, äh, das sind echt Fragen, äh, wo ich mir denke, wow, ähm, hm, und ich muss das ja auch alles zeigen können und erklären können, ne. Ähm, ja, ich bin gestern einmal mit Elodie Fahrkarten da durchgegangen, die Fahrkarten, diese gelben Karten, ich sage jetzt einfach mal Fahrkarten dazu, äh, durchgegangen. Und dann habe ich mir sogar auch noch YouTube-Videos da angeguckt, allerdings nur bis zur Karte 8. Ähm, dann war ich auch so müde und ich hatte dann den Kleinschlafen gelegt, das war dann Schlafenszeit und dann bin ich auch mit eingeschlafen. Jo, jetzt gleich werde ich erstmal in die Fahrschule reingehen. Ich bin wirklich früh dran. Wir haben jetzt, glaube ich, Viertel vor 11 oder 20 vor 11, ich muss erst um 11 Uhr da sein, aber ich dachte, komm, fährst du mal lieber früh genug los. Ja, und dann, bei meinem Glück, natürlich haben wir heute so ein Wetter, es sieht gerade toll aus, aber ich bin heute Morgen aufgestanden und was habe ich gesehen? Es hat geschneit, Leute. Überall war so eine Schneefläche, ich musste heute Morgen das Auto kratzen. Und ich denke mir, nein, warum muss jetzt so ein Wetter kommen? Dann dachte ich, okay, vielleicht schmilzt das bis dahin alles und so, ne? Ja, aber es war gewesen, Kleins im Kindergarten gemacht, dann war ich zu Hause. Dann fing es wieder an zu schneiden. Ich denke mir, nein, das will ich nicht. Ja, Leute, Wetter kann man sich nicht aussuchen. Es ist so, wie es ist. Ich hoffe mal, dass an meinem Prüfungstag, dass dann kein Schnee ist. Ich werde jetzt schon mal ins Büro gehen, werde das Geld zahlen. Zu den Kosten werde ich euch nochmal genaueres sagen, was wie, was genau gekostet hat. Und, ja, ich sag mal, bis gleich. Na, Leute, ich bin fertig. Ich bin platt. Da ist mein Lobby. Der Tag war lang. Ich bin wirklich, ich bin müde. Es ist ja wirklich anstrengend, ne? Also ein fremdes Fahrzeug zu fahren und dann natürlich auch einen Fahrschullehrer neben sich zu haben. Man fährt ja privat doch ein bisschen. Man passt sich dem Verkehr ja an, ne? Wenn alle so, man, man achtet ja nicht unbedingt so drauf, ne? Und da ist ja wirklich so genau, jedes Schild achten, sehr konzentriert sein. Ein fremdes Fahrzeug. Jede rechts vor links besonders reingucken, nehmen und um die Kurve fahren mit so einem Fahrzeug ist natürlich auch was anderes. Du musst so gucken, dass nicht die Hinterachse irgendwie über den Bürgersteig geht. Kreisverkehr, sag ich nur, ne? Kreis, Kreisverkehr, auf der Autobahn auffahren und alles Mögliche. Es ist wirklich anstrengend. Man ist die ganze Zeit mit dem Kopf konzentriert dabei und dieses Blinken. Also da ist nur so ein bisschen, ich sag jetzt mal, hier ist die Straße, hier steht nur so ein bisschen was leicht auf der Straße. Ja, man überholt so. Da ist Blinken, Schulterblick, Überholen und Leute, ich merke richtig so. Hast du den Nacken gehört? Oh, dieses ganze Schulterblick, ne? Du musst ja trotzdem auch nach da immer so dann trotzdem gucken und nach da gucken. Ja, klar. Oh, ich merke wirklich. Oh, wirklich. Ich bin ja heute so viel und so lange gefahren. Bis wann sind wir gefahren? Also ich hab ja um 11 Uhr war ich da. Ja, halb fünf, ne? Ja, so bis halb fünf, ne? Wirklich. Und einmal hab ich irgendwann gesagt so, ich sag, können wir mal kurz an eine Tankstelle ranfahren? Weil das Ding ist, den Fahrschullehrer, den ich heute hatte, den hab ich leider in der Prüfung nicht, weil er hat eine Schleimbeutelentzündung. Sollte heute schon krank geschrieben werden? Und er hat gesagt, nein, ich hab nachher noch eine Fahrstunde. Und der hat morgen selber irgendwie, der ist bei der Feuerwehr, der hat morgen selber da eine Prüfung. Deswegen erst ab Montag. Und wir haben uns dann mit dem Fahrschullehrer, mit einem anderen Fahrschullehrer getroffen. Irgendwo gerade Richtung Kastrop oder so. Kastrop-Recklinghausen. Um die Fahrzeuge zu tauschen. Und sind dann mit normalen Fahrschuhwagen wieder zurückgefahren. Und dann hab ich gesagt, können wir einmal kurz an eine Tankstelle halten? Also es war noch nicht auf der Autobahn, sondern davor. Weil ich wusste, okay, jetzt geht's eine lange Strecke. Ich hatte nämlich so Durst. Ich wollte wenigstens einen Schluck trinken. Doch, doch. Aber ich hab nicht einmal was getrunken. Und da hab ich dann getrunken. Und er hat sich auch was zu trinken geholt. Mal kurz hier sowas gesnackt. Und dann ist es auch schon wieder weiter. Also wirklich. Das war wirklich klar. Das ist ja ein Massenabschulachieger. Aber es war ganz gut. Also ich kam da an. Bin zum Büro. Hab da erstmal bezahlt. Und dann war schon der Fahrschullehrer da. Der hat sich dann bei mir vorgestellt. Also richtig sympathisch war der gewesen. Ja, dann sind wir zum Fahrzeug. Und ich hab vorher schon die Leute von der Fahrschule gesehen. Übrigens an dieser Stelle, falls jemand das guckt. Der eine oder andere vielleicht liebe Grüße. Die Agatha habe ich zum Beispiel gesehen. Mit der hatte ich kurz auch gequatscht. Die hatte mich so zwei, drei Sachen gefragt. Ja, dann hab ich schon da mein Fahrzeug gesehen. Ich dachte, ach, ich hab da so einen großen LKW. Das war so ein kleines, süßes Knutschkügelchen. Flutschkügelchen. Die sagen dazu. Flutschkügelchen. Ja, die sagen dazu. Was sagen die dazu? Das ist so ein Obstwagen. So ein Gemüsewagen. Der passt ja zu dir. Dann haben wir auch Gemüse verteilt. Ich als Vegetarierin. Nein, das war wirklich ein kleines Fahrzeug. Das ist zulässige Gesamtmasse. Irgendwie 3600 noch was. Das ist ja über dreieinhalb. Ja, perfekt. Ja, und Länge, ich glaub, 6 Meter noch was. Also noch nicht mal so lang wie das Mobil. Mit dem darfst du die Külfung fahren? Ja, klar. Der ist ja über dreieinhalb Tonnen. Automatik? Nein, leider keine Automatik. Ihr seht jetzt übrigens auch an dieser Stelle. Blende ich mal ein, wie er von innen aus sah. Ich hab die Gelegenheit genutzt, als der Fahrschullehrer draußen war, hab ich es einmal drinnen gefilmt. Das ist das Märchen. Ein schöner Mercedes. Mitschaltung. Aber das ist nur normal. Aber trotzdem, ey. Das ist so ein langes Ding. Das ist schon, jo. Hier ist der Fahrtenschreiber. Damit fahr ich durch die Gegend. Ja, da habt ihr jetzt mal mein Fahrzeug gesehen. Ja, auf jeden Fall haben wir dann als erstes die Abfahrtskontrollkarten gemacht. Da hat es mir am meisten vorgegraut. Das war's gestern auch so, ne? Ja. Und der sagt zu mir, welche Videos hast du denn geguckt und so? Ich sag, nein, ich muss sagen, der Fahrschullehrer, der hier, wo ich gesagt hab, der ist echt gut, und der hat es sehr toll gemacht. Also der hat echt gestorben, wie gut ich die beantwortet hab. Der sagt, da mach ich mir ja gar keine Sorgen. Ich sag, aber da oder da. Und haben es echt so gemacht, weil vorne im Motorraum sind halt so zwei, drei, vier Sachen, ne? Das hab ich mir abgefilmt, dann gesagt, was das und das ist, sodass ich mir das nochmal angucken kann irgendwie, ne? Und, ähm, ja, es war ganz gut. Und dann waren auch Fragen, der sagt dann, nee, das ist Bus oder so, das kommt dann gar nicht. Ich sag, muss ich dann anderen? Nee, auch nicht, ne? Ähm, ja, er war auf jeden Fall schwer begeistert. Ich sag grad auch nochmal zu ihm auf den Rückweg. Ich sag, boah, ich sag, ja, aber da graut's mir schon vor, wenn die in den Abfahrtskarten und so. Dann sag, dann mach ich mir bei dir eigentlich gar keine Sorgen. Ich sag, da, ich hab schon welche, die sind das dritte Mal und die können das nicht ansatzweise so gut wie du. Also von daher, ha, ich freu mich so ein bisschen, aber ich bin, ich bin, ich freu mich nicht zu früh. Ich guck's mir trotzdem nochmal an. Und, ähm, aber es beruhigt mich auf jeden Fall, weil das mein, mein großes Dings war, äh, wo ich dachte, das ist halt mein großes Manko. Ähm, ja, das Fahren an sich selbst, ja, war in Ordnung. Man muss wirklich, ja, gerade in so Kurven, engen Kurven oder so. Wir sind an einer Stelle gefahren, das sind mehrere enge Kurven, das geht so runter. Und da musst du wirklich schon, ja, das ist schon, ist schon nicht ohne. Musst du wirklich aufpassen, dass du nicht den Bordstein mitnimmst oder auch, wenn du halt im Gegenverkehr dann einlängst. Aber ich muss sagen, also ich hätte gerne Automatik, also ein, zwei Mal hat's gehapert. Da hab ich halt quasi, da wollte ich den Gang reinlegen, hab hier nicht richtig reingelegt. Aufgrund dessen stand ich quasi auf der Straße. Das war jetzt nicht so eine schnell befahrene Straße, sondern eher so eine Seitenstraße, wo wir dann so rechts vor links oder sowas, ne. Aber den Gang da irgendwie reinkriegen, das ist nochmal irgendwie anders. Ich hab auch gerade gemerkt, wo ich ja mit meinem Auto gefahren bin und auch selbst mit den Automatik, das war auch wieder ganz anders. Bei meinem, ich dachte so, wumm, irgendwie, weil ich, weil die Kupplung und die Bremse, die ist da echt komplett anders. Aber, ja, hätte ich eine Automatik, wäre es gar kein Problem. Und einmal ist mir wirklich ein großer Fehler passiert. Wir stehen da an der Kreuzung und ich mach den Gang rein und das war der Rückwärtsgang. Vorher hab ich nie einen Rückwärtsgang reinkriegt und dann fahr ich und dann geht er so zurück. Und er so, oh nein, ne, sagt er, boah, da wärst du jetzt durch die Prüfung durch. Ich hab keine Ahnung, wie ich das gemacht hab. Sonst, wo ich hier diese Grundveraufgaben, es gibt ja, glaube ich, drei verschiedene. Einmal, man muss quasi an der Rampe dran fahren, dann gibt es einmal dieses rückwärts in eine Parklücke rein und dann gibt es einmal rückwärts an eine Kurve so quasi rein, neben so einem Bürgersteig quasi sich so daneben. Und hatte ich überhaupt keine Schwierigkeiten mit, also sowohl das eine als das andere als das andere. Es kommen wohl nur zwei Aufgaben davon dran, die kann man wohl auch zweimal korrigieren jeweils. Also fortziehen und weitermachen. Ähm, genau. Bloß, ich stand da wirklich, ich hab den Rückwärtsgang nicht reingekriegt. Das war dieses große Problem. Ich denke mir so, oh, ich bin am Machen und wieder nicht geguckt. Nee, nicht Rückwärtsgang, wieder, wieder, wieder. Gut, dass wir Wohnbildautomatik haben. Ja, aber ansonsten, ja. Ich bin gespannt. Jetzt kommen wir zum großen Datum, wann es ist. Leute, ich hab am Dienstag, hab ich meine Prüfung. Daumen wieder drücken. Und vorher hab ich noch eine Fahrt. Das machen wir aber einfach so, eine normale Fahrt, dass man nochmal reinkommt und so. Also ich muss um 9.30 Uhr da sein. Da hab ich dann nochmal eine normale Fahrt von 45 Minuten. Beziehungsweise vielleicht nochmal Abfahrtskontrolle. Je nachdem, wo ich halt Bedarf sehe, ne. Und dann gegen kurz vor 11.00 Uhr werde ich meine Prüfung haben. Und die dauert 80 Minuten. 80 Minuten. Da wird's dribbelig wegen dem Kleinen, glaube ich auch, ne. Ja, da wird's dribbelig wegen dem Kleinen. Das müssen wir abklären. Da müssen wir irgendwie eine Lösung finden. Drückt mir die Daumen. Denkt am Dienstag an mich. Und morgen geht's um den Wohnwagen. Was denn da jetzt Sache ist. Also schaltet morgen wieder ein um 18.00 Uhr, wenn's heißt. Hello und Mops. Tschüss. Tschüss. Tschüss.